Willkommen zu diesem Video hier aus der neuen Location. Ich hoffe es hält nicht zu sehr, aber ich möchte in diesem Video mal zwei Handys auspacken und zwar einmal das Moto G5 und das Moto G5 Plus, welches von Lenovo bzw. immer noch so ein bisschen Motorola vor kurzem vorgestellt wurde und nun auch auf dem Markt erhältlich ist. Und was sich so in der Verpackung befindet und von wie mein erster Eindruck ist, das erfahrt ihr nach dem Intro also. Viel Spaß! Okay, also ich habe hier zwei Geräte, aber da sich der Lieferumfang und so nicht großartig unterscheiden sollte, würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem Moto G5 an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Verpackung gefällt mir ziemlich gut. Die ist so schön bunt und zeigt einfach so diesen bunten und insgesamt schön coolen Lifestyle, den Motorola und auch Lenovo hier zusammen vermitteln wollen. Und auf der Rückseite gibt es dann auch ein paar erste Infos. Zum Beispiel haben wir hier ein 5 Zoll großes 1080p Display, einen Achtkernprozessor, um genau zu sein, den Snapdragon 430. Dazu dann je nachdem, welche Speichergröße man hat, also ob man 16 GB oder 32 GB hat. Dementsprechend entscheidet sich dann auch, ob man 2 oder 3 GB RAM hat. Dazu dann eine 13 Megapixel Kamera und eine 5 Megapixel Kamera für Selfies und einen 2800 mAh großen Akku, was sich erstmal ziemlich gut anhört. Das ist natürlich nicht High-End, sondern eher die Einstiegsklasse, aber darauf zielt immerhin das Moto G auch ab. Und jetzt bin ich mal gespannt, es endlich in den Händen zu halten. Ich hatte es tatsächlich noch nie in den Händen, aber hier haben wir es schon. Ich habe das jetzt in dem Fall hier in Gold und wir legen es erstmal zur Seite, um uns den restlichen Lieferumfang anzugucken. Hier ein ganz normales Netzteil zum Aufladen und dann noch das Ladekabel, welches hier leider noch immer Mikro-USB ist. USB-Typ C wäre hier natürlich ultra genial gewesen, aber ich meine, bei einem Preis von 199 Euro geht das, denke ich, auch noch voll in Ordnung. Und ich würde sagen, ich nehme mal die Folie ab. Das ist immer ein ziemlich cooler Moment. Und da wird das Gerät schon eingeschaltet und oha, der erste Eindruck vom Display ist mega gut. Also die Farben, das sieht hier so schön bunt aus, gefällt mir richtig gut. Und ich bin mal gespannt, wieso das generell... Hallo Moto! Wie geil war die Animation denn mal bitte? Ist ja mal richtig nice. So, und da haben wir das Gerät hier auch schon eingerichtet und was mir immer bei Motorola ziemlich gut gefällt und was wir auch zum Glück beibehalten haben, ist, dass die Software ziemlich nah an Stock Android ist. Das heißt, wir haben hier schon Android 7.0, das kann ich euch ja auch hier mal kurz zeigen. Genau, hier seht ihr das Version 7.0 und das Ganze ist eben ziemlich nah an Stock Android. Das heißt, ihr habt keine Bloatware oder so, sondern nur ein paar kleine Features von Motorola. Und das ist einfach ziemlich cool, weil dadurch ist das Gerät, obwohl es nicht die High-End Hardware hat und insgesamt ziemlich günstig ist, trotzdem ein ziemlich leistungsstarkes und performantes Gerät, was im Alltag natürlich gerade bei so einer Hardware ziemlich wichtig ist. Und ich bin jetzt trotzdem mal gespannt, so wie die Kameras sind. Also so im Großen und Ganzen, wie ich hier durch das Gerät so durchscrolle und so, macht das auf jeden Fall schon mal einen performanten Eindruck. Und auch das Display, das ist nicht nur schön von den Farben her, sondern auch die Blickwinkel sind ziemlich gut. Die Schärfe ist auch ziemlich geil, weil es ja ein IPS-Display ist und dadurch die Matrix sehr sauber ist und nicht so ausgefranst aussieht. Und das Display ist vor allem auch hell, also das macht echt einen guten Eindruck. Und ich kann mir vorstellen, dass es, obwohl das Gerät nur 199 Euro kostet, wirklich Spaß macht in der Benutzung. Und das werde ich natürlich in den nächsten Tagen mal rausfinden, bevor ich dann einen Review auf diesem Kanal mache. Aber ich habe ja nicht nur das Gerät, sondern auch das Moto G5 Plus. Und das ist im Großen und Ganzen ein ziemlich ähnliches Gerät mit ein paar kleinen Unterschieden. Zum einen haben wir hier eine 12 Megapixel Kamera, welche etwas lichtstarker ist und dadurch auch bei schlechten Lichtverhältnissen etwas bessere Bilder machen sollte. Dann haben wir auch Turbo Power, also ein Fast Charging. Und der Akku ist auch nicht 2800 mAh groß, sondern 3000 mAh. Sprich nochmal ein kleines bisschen besser. Aber der Bildschirm ist ebenso auch etwas größer mit 5,2 Zoll statt 5,0 Zoll, wie hier beim kleinen Moto G5. Aber welches Gerät jetzt im Endeffekt im Alltag besser ist, das muss man dann natürlich sehen. Beide Geräte gefallen mir auf jeden Fall erstmal so vom Design her ziemlich gut. Und ja, beide Geräte haben auch hier Micro USB. Also alles im Großen und Ganzen sind es dieselben Geräte, bis auf eine minimal bessere Hardware eben. Hier bekommt man dann in jedem Gerät 4 GB RAM und gleichzeitig noch den Snapdragon 625. Und das Ganze kostet eben dann ab 280 Euro, je nachdem mit welcher Speicherausführung man das Ganze kauft. Ich möchte jetzt aber auch hier einmal das Display noch sehen. Und dafür muss das Gerät natürlich auch eingeschaltet werden. Hier ist der Akku übrigens auch schon fest vorinstalliert, weil man den gar nicht wechseln kann. Sprich, wenn man einen Wechselakku haben möchte, der muss hier das kleine Moto G5 nehmen. Aber auch hier gefällt mir das Display soweit ziemlich gut. Also, so vom ersten Eindruck sind beides wirklich coole Geräte, welche einen interessanten Eindruck machen. Und vor allem für den Preis, der ziemlich günstig ist. Und durch Stock Android sollte man hier auch ein ziemlich performantes Gerätemaltag haben, mit dem man auch wirklich Spaß haben kann. Und das Ganze möchte ich natürlich herausfinden und deswegen teste ich die Geräte mal. Und werde dann in ein paar Tagen hier mein Fazit auf diesem Kanal hochladen, wenn ich sie ausführlich getestet habe und mir eine Meinung gebildet habe. An dieser Stelle aber auch nochmal vielen Dank an Motorola, welche mir die Geräte zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Denn ohne die wäre dieses Video natürlich in der Form nicht möglich gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, vor allem die neue Location gefällt euch auch einigermaßen. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr bei den kommenden Videos wieder vorbeischaut. Also bis dahin. Ciao.